Willkommen zurück bei Borderlands 2 Mit dabei ist ein Feuer, der nicht sprechen kann, weil es sein Glück schon liegt Das Gute, er kann sich gerade nicht wehren Ja, und du musst ihn doch nicht losstellen Achso Autos? Hübschen Das ist ein Laptrap Mua, wo ist denn die Abbe? Hey, komm Oh, ja, ja Boah, der hält sich für uns wohl Oh, ja, ja, ja Ah, schief, weg Dich zurückhalten Weiterhin, die komischen Sachen hier auch Waffen Da sitzt immer noch Maliwon Schalte sie aus Kann auch dieses komische Schiff kaputt schießen Jetzt wird so Du hast deine Nase für Schätze, wiebsehe Huch Huch, den ist ja auch ab Guck, den ist sauber Besser Wow, wow, wow trying Äh, hier dir Weg, 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 weg Weg, 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 weg Ich sehe das, oh Gott, schau. Jetzt lebt's. Wo ist denn diese Scheiß-Box, die da die ganze Zeit laut ist? Erwachsen. Ja, die da rumlauern, Big Box. Das ist aber Wahnsinn. So. Schrächtige Knöpfe. Mod für mich. Oh! Wieso mein Durchsagen? Wähler, nicht genügend Fleischdaten für Burger. Na toll! Der Digistractor hat keine Fleischproben mehr. Wir können keine Dynasty Burger ohne Fleischproben machen. Okay, bring mir eine Probe meiner Geheimzeltat. Ratschfleisch. Das war ja klar. Was? Vertrau mir! Es klingt vielleicht eklig, aber es macht die Burger so verdammt saftig. Da ist ein Ratschbau in der Ölgrube. Mein Fähig droppt schon wieder ein lautes Zeug. Das ist doch nötig. Ja, das hat schon wieder fünf Waffen irgendwie hängt. Diesen KDK-Dreck aus dem Äther zu verbannen ist wichtig. Jetzt können wir meine Art von Schmott finden. Ja, ich höre die. Ja, ich höre die. Eron. Schau mal hier! Zerquetsch als erstes ein paar Ratschlafen. Das sollte eine wütende Ratschmama auf den Land rufen. Und so schnappst du dir ein fettes Ratsch mit. Cool, das explodiert ja alles. Da ist es ein Knozes. Das ist das battle. Geht es das mit. Ein Geräusch. Ein Geräusch. Da ist ein Knozes. Blut. Da. Geht doch! Und jetzt schnappt ihr ein großes Stück jegliches, kräftliches Fleisch. Der hier ist ein. Seiner. Hm? Ich weiß nicht wohin für mich, dass ich mich gerade da bin. Aufregend. 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 Da. Paketenwerfer. Geht zurück. Waffen, looten, wir müssen auch looten. Gut, nix los. Ja. Aha. Der ist aber schlecht. Aha. Das ist auch okay. Ne. Ne. Ist der denn so rum? Was? Der hier. Hüpft er umeinander. Da. Da. Dieses Mal aber nicht drauf. Ja. Ein neuer Burger wurde geboren. Hahaha. Okay. Jetzt brauchen wir ein Lieferbot, damit wir diese Burger zu den hungrigen Leuten bringen können. Drück den Knopf. Burger Bot. Wie läuft's, Alter? Gib mir fünf. Negativ. Oberste Priorität. Burger an Maliwan-Captain Archer Roe liefern. Was? Spitz her! Lorelei! Mein Burger Bot will diesen Captain Roe, den du erwähnt hast, meine Burger liefern. Was? Du machst Witze! Kammerjäger, folge dem Bot! Das ist unsere Chance an diesen Maliwan-Bastard ranzukommen! Hm. Ja, was? Die hat sich geil angebrannt. Der war nicht so falsch. Und zweistiges Gebets, die Brücke hat neu bereichert. Die Burger Bots wurden nicht für den Kampf entwickelt. Daher die Fehlfunktion. Schaltet die Maliwan aus, damit er sich wieder in Bewegung setzt. Und zweistiges Gebets, die Brücke hat neu bereichert. Ach, gut! Oh, ich hoffe so viel. Ach, gut. Ach. Ui. Oh, ich hoffe so viel. Höher. Hab das passiert nun? Drei Mal. Was? So. Was? Hinten wir aber schon. Wir sind aber dicker hier. Alle hinter uns. Wir sind auch dicker. Ui! Drei Mal. Ui! Sie! Drei Mal. Drei Mal. Und wie er sie ist. Ah. Nein, ich bin nur rückwürdig Die Jagd geht weiter, nur nicht für dich Ich hab doch keine Ahnung Hier saß so einer Sehr böse Oha, 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 oha Bestimmt das so, Alter Brauche ich glaube ich Leben Kann ich nicht sehen, ich bin für die Das ist die ganze Stunde, wir sind einfach Das sind die ganzen Junde Es ist sehr gut. Gute Arbeit beim Ausschalten. Tja, das wird einem einen dauern, bis wir mal die Steuerung meiner Burger Bots überschrieben haben. Und der hier ist wohl Schrott. Also, tschüss Burger Bot! Könntest du inzwischen für mich diesen Burger an Lorelei liefern, Kammerjäger? Oh, wo ist Robo-Rai? Kannst du... Lorelei, ich schicke dir den ersten von vielen Burgern. Gestern Kaffee gemacht, heute Burger... Ich kenne von... Man in Black... Was? ...viele hungrige Mäuler zu stoppen. So, die Kaka lacht, die auf die Erde kommt ganz an. Die müssen wir hin. Ohren. Ups. Aua, scheiß Auto. Ich sehe schon fast vorn. Oh. Oh. Ah, Zeug verkaufen. Erst verkaufen und eine Mission abschließen, ne? Ja. Du musst doch Platz schaufen. Wir bitten jetzt auch den Einglick... Da gehen wir ja für 28 Schaden. Oh, lewitz. Das war für Klick. Ist es Zeit zum Kaufen? Jeder hat seinen Preis. Ich hatte auch mal sowas. Waren wir eine Freude? Nein, tut sie ins Scheiße, Josh. Das hätte ich gesagt. Das war für ein Verstand. Ich hatte auch mal sowas. Jogeln am Pumpen. Wir schießen, mehr kaufen. Ich hatte auch mal sowas. Ich hatte auch mal sowas. Oh, das ist toll. Die drei gibt es. Wir wixeln. Verkaufen. Wie verkauf ich nur meinen ganzen Schrott? Äh. Wenn das als Schrott markiert ist. Ah ja, X. Bisschen abgeschlossen. Sehr schön. Ja, ich würde zwar eine Waffe bringen. Ja, ich habe jetzt eine andere Waffe gekriegt. Das Sniper mit 110 Schaden. Alter, da haut es dir ja die Arme aus dem Kopf. Ist es Zeit zum Kaufen. Oh. Da habe ich Raketenwerfer ein. Gut, 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 gut. Mendo. Geht gleich los. Oh, den Scheiß. Komm. Ich habe Kugeln mit deinem Namen drauf. Ja. Und was ist mit der Bazooka? 70 Schaden habe ich eine gekriegt. Anders war die. Ja, ich habe die Bazooka mit... Will ich nicht. Die weg jetzt. Ich könnte jetzt echt... Scheiße, die haben wir hier angelegt. Wo kommt das her? Kack, die waren ja nicht. Das ist ein bisschen Schaden, aber das ist cool. So, können wir weiter, ne? Ja, schau. Du kannst gehen, Mädchen. Vorerst. Da haben wir noch einen eben fest. Willkommen zurück, mein Mädchen. Boah, bei mir lägt's. Ich glaube, mein Computer ist nicht dafür ausgelegt, für noch zwei zu kosten. Das ist ein Quatsch. Alter, ich habe mich jetzt noch erinnert. 70 FPS und wenn es sich bewegt, habe ich bald 50 plus noch. Ich auch. Achso. Der ganze Feindesvieh, ne? So. Alles gut, mein Mädchen. Mein Mädchen. Habt ihr gehört? Stimmt. Ja. Da habe ich eigentlich erst grüßig voll geil gefunden. Das ist davor. Der Schwergerl mit der Mondschwerkraft. Das ist ja immer lebe ich umhergefloch. Ui. Ich weiß auch, da müssen wir durch. Ja, ich hab mir gesagt, einfach mal durchlaufen. X. Ey, die Schuhe ist ja auch ein richtiges Kürzer. Ich bin down. Alles down. Ohne Blut kannst du nicht leben. Mein Gott, dem ist der ganze Arm auf dem Platz. Echt? Arme Lose. Mein ganz ein Armer. Hahaha. Voll witzig gewesen. Also jetzt wird er nur in den Chat, wenn man hätte Lust, dass er richtig gut ist. Der ist hier voll im Kampf. Ist er noch? Ist er noch was? Oh, Liebensenergie. Warte und das so. Für mich würde ich die Eisenbahn füllen. Achso. Ach, ich habe jetzt so ein anderes Schild. Aber machen wir nicht. Das immer diese Tabletten droppt. Achso. Ne, ist ja nervig, das Ding. Ah, mach auch. Ein Wort der Warnung. Jedes Wort aus seinem Mund lässt meinen Fingerarm abzuckzucken. Sie versteht schon. Bald wird abgedrückt. Derland. Hilfespielchen. Oh, jetzt leckt es gerade. Gut. Ist er moxig. So, ich würde mal sagen, das reicht für die eine Folge. Bei der nächsten Folge sind wir in dem Battle Royal Modus, was auch immer das ist. Bis dann. Tschüss. Tschüss.